Okay, wir sind wieder da. Was ist los? Hau rein. Ja, los, hab ich schon. Ach so. Oh, geil, ey. Ich hab nur auf jeden Fall, letzte Folge haben wir ja gefragt, so, oder haben wir überlegt, wie es heißt, wenn Menschen sich zu Tieren sexuell hingezogen fühlen und dabei handelt es sich um Zophilie und dann heißt so ein Typ Zophilist und ich hab grad einfach mal Zophilist bei Google eingegeben und die erste Meldung ist Zophilist sucht Hund, Tierforum.de Ah, geil, ey. Ja, passt. Ah, genial. Hm, in der Tat. Ich hab keine... Ist es Nacht? Nee. Nee. Ja, ja. Auch wenn ich schon hier bin. Ich glaub, dieses Craft, ey, das wird immer schlechter. Ich bin gerade einen Block hochgesprungen, weil ich einen Berg hochgehe und hab sogar ein halbes Herz dafür verloren. Beim Hochschub gehen? Ja. Man will mich echt verarschen. Ja. Loll, leck. Lups. Hä? Loll. Voll abgedreht. Ich mag es bei diesen Kakaobohnen, Alter. Es sieht immer aus wie irgendwelche neuen Monster. Aber, naja. Hm, so. Äh, Zecken. Die am Baum nur drauf warten, dass du vorbeilatscht. Hm, ich such mal nach einem großen... Oh Gott. Äh, nach einem großen... Äh, Mammutbaum hier. Denkst du? Und den willst du abtragen? Hm, damit wir ein bisschen Heiz für die Bude haben. Okay. Daraus machen wir den Boden, ne? Ähm, ja. Sehr gut. Und dann können wir die Wände aus dem Normalen, oder so? Ja. Wie baust du diese dicken Bäume ab? Ich versuche eigentlich immer... ...zuerst ganz nach oben zu klettern. Ah, okay. Äh, und dann von oben, weil sonst musst du dich immer mit Erde wieder hochbauen, oder so. Ja, guck mal, ich mach zum Beispiel. Ähm, ich gehe hier so treppenartig hoch. Ach so, ja, stimmt. Das kann man ja auch. Und dann ganz, wenn ich ganz oben bin, dann habe ich noch so eine Treppe und dann steige ich mich genau in die Mitte, sodass ich immer den Block so abbau. Und dann geht das auch vorbei. Das ist eigentlich eine gute Idee. Abgesehen davon, dass es jetzt Nacht geworden ist und ich überhaupt fest hänge. So, lade mal deine Treppe runter, dann gehen wir pennen. Ja, warte. Na, ich kann die ja gleich wieder abbauen. Oh Gott. Digga, weißt du, wie weit oben ich bin? Ich glaube, wenn ich jetzt runterspringe, bin ich glatt tot. Wie groß ist dieser Baum eigentlich? Ach, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Soll ich mal runterspringen? Ja, warte, warte. Ach nee, das müsste ich aufnehmen. Egal. Ja, warte. Ähm, mein Vater will... ESS O! Ich schätze, das heißt Essen. Ja. Ähm, alter, ey, ich bin hier gerade so mies runtergefallen. Boah. Ups. Ähm, ich komme noch kurz jetzt in die Bude. Ja. Uh. Ähm. Was? Ja, was machst du heute noch? Ich? Nichts. Irgendwas Bestimmtes. Ja, dann können wir eigentlich gleich wieder aufnehmen. Hast du schon gegessen? Ich? Nö. Aber ich könnte gleich mal an meinen Bruder fragen, ob er mir das macht. Alles klar, dann können wir ja gleich wieder weiter aufnehmen oder so. Soll ich dann nur Pause oder Aufnahmestopp machen? Ähm, mir egal. Pause, ne? Ja. Okay, Leute. Dann liegen... Wir können auch schlafen gehen, oder? Ja. Ups. Ich bin... Vorbeigefallen. Oh, ich bin trotzdem drin. Cool. Da ist aber an der Hände zu hart. So, okay, Leute. Dann mache ich jetzt mal eine Pause. See ya. Ciao. So. Das war's mit der Pause. Ja. Bei euch ist eine Sekunde vergangen. Bei uns eine halbe Stunde, circa. Ja, kommt hin. Gut. Können wir ja mal weiter bumsen hier. Ja. Ich habe ordentlich Erde gesammelt. Ja, ich habe vier... fast fünf Stacks Sand. Echt? Sehr gut. Ich klatsche raus in die Öfen. Und in die Truhe. Ähm. Ach, ich war ja gerade dabei, Holz zu fällen. Oh, wir haben nur noch fünf Eisen, ey. Das ist schon wieder so erbärmlich. Oh. Äh, hast du Sand in die Öfen geschmissen? Ja. In die Öfen. So. Okay. Ich hatte hier noch ein paar Dings-Samen. Äh, hier ist ein... Och, Mann, hier ist ein Typ auf unser Feld getrampelt. Na gut, ich glaube, das müsste ich mal ein-zweinen. Feld, acht, ein, lass so mit um. Äh, ja. Ach, wie dumm. Ach, ne, ich wollte ja abholzen. Doch nicht dumm. So. Okay. Hä? Was wollte ich? Zäune. Haben wir Zäune? Ja, stimmt. Da hast du den Dings mitgebracht. 33. Mann, Mann, Mann. Geht schon ab. Ach, und jetzt ist auch schon wieder Tag. Ach, ne, wir haben ja geschlafen. So war das. Wo ist der Riesenbaum? Ah, da. Okay, jetzt geht's mir mal rein. Oh. Tuck, tuck. Hörst du das, Alex? Irgendwas ist bei dir da im Hintergrund, oder? Ja, Eik hat den Fernseher gemacht. Ähm. Ist das sehr laut, oder? Ich hab das noch ganz schwach gehört, als du in sich irgendwo ganz fern deutete. Alles klar. So. So. Oh. Oh. Hasli stop bomb ever. Cool. Cool. Okay. Cool. Cool. Was soll ich denn hier für eine Remnant-Distanz? Die geht ja schon wieder bis zu uns. Und läuft immer noch flüssig? Ähm, ne, deswegen habe ich jetzt auch Shorts. Trägst du immer noch den Berg ab? Ne, ich würde sagen, er bleibt auf so einem Zweier-Plateau. Ah, okay. Wenn's recht ist. Achso, kannst du es. Naja, ein bisschen erhöht. Ich weiß nicht, ist das überhaupt groß genug? Oder müsste das noch ein bisschen erweitert werden? Hm. Äh, weiß nicht. Können so Pfeiler einen ins Wasser stellen oder so. Ach, schnitt da ja gleich. Und jetzt noch die Axt kaputt geht er, Alter. So, ich weiß nicht mehr. So, hier. Das bleibt alles so. Okay. Okay. So. Boah, wie viel Uhr ist er mit Tag 3? Geht ja eigentlich. Tag 3. Okay. In der... Anstellt. Okay, irgendwie... Fängst du schon mit dem Bau an? Mhm. Oder was? Geh mal. Geh mal. Geh mal. Geh mal. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Weis computern castellation. August. Vielen Dank.